Das Wichtigste bei einem Skischuhverkauf ist natürlich, dass man die richtige Größe, die richtige Härte und dann die richtige Breite für den Kunden heraussucht. Ausgesucht wird dann nicht nach Marke, sondern nach der Passform des Schuhs für den jeweiligen Kunden. Anpassungsmöglichkeiten beim Skischuh sind dann Schale und Innenschuh, sprich Druckstellen können abgeklebt werden, direkt auf der Haut und dann an dieser Stelle erweitert werden. Wenn wir dann den richtigen Schuhtyp gefunden haben, wird noch eine Sohle auf den Kundenfuß angepasst, durch die Standardsohle ersetzt, dann eingelegt, dann kommt der Innenschuh wieder in die Schale zurück und dann ist der nächste Schritt schon die passende Skiauswahl.